Hallo Freunde, heute zu einem neuen Video von dem Kanal. Schön, dass wir eingeschaltet haben. Und heute gibt es eine neue Folge, Broadstars. Und wir machen heute ein kleines Megabox. Also eine Megabox, ein Opening, sag ich mal so. Zack, erste Megabox. Schade. Und noch eine kleine, also nochmal eine Megabox. Zack. So, das habe ich gemacht. Und ein kleines Opening. So, weiter geht's. So, wen zocke ich denn jetzt heute? So, was geht los? Schüssi. Wenn ich sechs Ziele inziehe, Mr. P, sag's euch. Mr. P ist so cool. Drückt mir die Daumen, dass ich Mr. P heute noch ziehe. No, no, no way. Alter, das ist doch voll Mist. Okay, dann spiele ich jetzt ein Sprout. Okay, dann spiele ich die Daumen. So, Leute, kurz nochmal eine Runde Nani spielen. Boah, Mann. Jetzt hat der Frank sechs. Zack, zack, zack. Und bumm. So, jetzt hat der Frank keine Säcke. Aber was macht mein Team mit? So, Leute, das war's mit dem Video und ciao. So, jetzt hat der Frank, zack, 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 z